Heute wird ordentlich gesoffen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Garry Spitz. Und zwar werden wir heute diesen Träger hier richten. Glaub mir, ich kann es nicht mehr abwarten, dieses Auto endlich auf der Straße zu sehen beziehungsweise einmal fahren zu sehen. Was ich sagen kann, ist, dass das Ganze hier wahrscheinlich auch noch eine kleine Baustelle sein wird. Ich hoffe, es wird nicht allzu teuer dort. Aber ich hätte gesagt, film ab. Oh, oh, oh. So, wir haben unseren Doser wieder so ein bisschen aufgebaut. Wie man erkennen kann, es ist nur am Regnen. Die ganze Zeit scheiß Wetter, vor allem die ganze Woche. Und ich kann jetzt nicht einfach nichts machen, nur wegen dem Wetter. Ihr möchtet ja auch gerne Videos haben, deswegen muss man sich so ein bisschen durchquälen. Ja, wir haben den Doser hier wieder aufgebaut. Wir haben hier einen Kantholz. Der drückt jetzt hier auf die Karosse. Wir haben hier einen Kantholz. Dann haben wir den hier oben festgemacht. In der Hoffnung, wir werden das hier nicht rausziehen wollen. Wir möchten, das Einzige, was wir erreichen möchten, ist diese Stelle hier ein bisschen vermindern. Wir werden hier jetzt ordentlich ziehen. Wir werden hier ein bisschen Hitze geben. Wir werden noch strammer anziehen. Und den Rest werden wir hier versuchen, mit Hammer und Kantholz so ein bisschen rauszuhauen. Wie gesagt, es wird nicht 100% perfekt sein, aber man versucht es so gut, wie es geht zu machen. Es ist nun mal ein Unfallauto und das bleibt es auch. Man muss den Leuten immer klar sein. Naja, ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt, wie das verläuft mit der Kraft, wo die hingeht, ob das funktioniert. Ich kann mir aber vorstellen, uns wird die Kraft fehlen, weil dafür, um das hier rauszubekommen, musst du erstmal das Ganze ziehen. Und ich kann mir vorstellen, das wird sehr, sehr schwierig. So. Das Problem, was wir noch haben, der Doser steht nicht 100% in einer Linie zu dem, was wir hier ziehen. Dadurch wird sich der Doser natürlich immer in diese Richtung drücken. Und deswegen haben wir hier zwei Kantholzer genommen, stützen den am Zaun ab. Das haben wir letztens auch gemacht. Das ist nicht so viel Kraft, aber man muss es trotzdem irgendwie auffangen, damit der halt nicht hierhin kommt. Das ist nicht so viel Kraft, Bis zum nächsten Mal. Das war's. So, wir haben jetzt noch Motorsteuergerät rausgenommen, beziehungsweise der Kasten, wo der drinnen sitzt und ein paar Relais. Einfach um zu gucken, wie weit der Schaden innerseitig hier gekommen ist. Man kann es hier auch sehr schön sehen, ich muss euch gleich eine andere Perspektive zeigen, aber man kann sehen, dass der Schaden wirklich minimal ein bisschen nach unten gegangen ist. Das kann man hier auch schön raushauen, das ist jetzt auch kein dickes Material hier, das kannst du einfach mit einem Kantholz wieder gerade machen. Das war's. 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 Musik Wir haben hier einen ganz leichten Knick noch, den könnten wir auch beheben unter der Bindung, hier von innen reinbohren, dass wir hier ein Loch haben, dann könnten wir die Stange nehmen und den hier raushauen. Aber ich sage ganz ehrlich, ich lasse lieber diese kleine Druckstelle hier, anstatt dass ich da jetzt ein Loch reinbohren werde. Ja, an sich hat das eigentlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Wir hatten zwischen den zwei Löchern hier, was war da, zwei, zwei Millimeter Unterschied, auf der Seite wie auf der, den haben wir jetzt tatsächlich hinbekommen zu richten. Die zwei Millimeter, die haben wir jetzt nicht bekommen, indem wir hier mit dem Doser ziehen, dafür hatten wir viel zu wenig Kraft. Wir haben die zwei Millimeter hier jetzt gewonnen, indem wir den hier wieder vernünftig hingestellt haben, so wie der sein muss. Jetzt passt das Maß hier auch exakt gleich, wie auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal ganze Elektrik hier wieder einbauen, weil das Problem ist, das Auto steht draußen. Wie gesagt, wenn es regnet, dann wird die ganze Scheiße nass. Deswegen baue ich jetzt erstmal wieder den ganzen Kabelsalat hier zusammen. Und danach werde ich hier alles demontieren, damit wir genug Platz haben, um uns das hier alles anzuschauen hier unten. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal wieder einbauen, um uns das hier alles anzuschauen. So, das war es jetzt mit diesem Video. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Stelle. Auf dem Video sah es so ein bisschen aus, als ob das hier nicht ganz gerade ist. Aber ihr könnt selber sehen, hier ist ein bisschen Struktur drin, dementsprechend, also es sieht einfach, es ist gut. So, hier ist noch eine ganz kleine Beule. Diese werde ich einfach so lassen, sage ich ganz ehrlich. Man könnte sie auch rausbekommen, indem man da innen so ein Loch bohrt, aber ich belasse es dabei. Das hier werde ich alles noch ein bisschen schön machen. Am Ende natürlich Primer drauf, Grundierung, nicht Spachtel, Farbe. Spachtel mache ich hier gar nicht. Es gibt ein, zwei Experten tatsächlich, die arbeiten auch an solchen Stellen mit Spachteln. Aber ich mache es eigentlich sehr ungern, muss ich sagen. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Nächste Woche geht es weiter mit Eclipse in der Garage. Ich gebe euch einen kleinen Spoiler. Ich sage mal so, 1500 Euro Eclipse auf 4000 Euro Felgen. Bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.